So, Server Neustart ohne Warnung, jedenfalls habe ich keine gesehen und eigentlich hatte ich aufgrund des Hungers meiner Figur ja vorher was gegessen. Ja, trotzdem, das Essen ist weg und die Figur hat jetzt immer noch Hunger. It's the future, not the bag, nothing else. Ja, genau, so. Ah, ich glaube, ich sehe unseren Heli. Ne, doch nicht. Ey, da war das, da gibt's doch ja nicht. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich habe mich hier verlaufen. Frank is lost. Ne, das kann doch nicht wahr sein, echt. Jetzt donnerte du noch. Fängt's wieder an zu regnen. Ja, ich bin ja noch mitten im Wald, warte. Kommt da auch wieder was. Wobei wir das nochmal machen müssten. Ja, war ja nicht so wahnsinnig erfolgreich, ne? Ja, nochmal rin, mal gucken, warum das nicht funktioniert hat. Vielleicht war der Server neu steifisch, es war da gerade ein bisschen buggy. Und ich konnte deswegen nichts. Also ich habe keine Auswahl, die habe ich aufzunehmen. Weder im Zelt, am Zelt. Und jetzt. So, bei mir zählt die Uhr. Hoffentlich doch. Schreibt's ja schon wieder. Ich sehe es nicht, Gott sei Dank. Du siehst es nicht, wieso? Nein, ich war bei 34 Sekunden. Achso, du bist ja gar nicht online. Entschuldigung. Und ich glaube, ich bin hier irgendwo am, keine Ahnung. Am 8 Stelle. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Dermaßen verfranst. Ich meine, wir haben auf einer relativ großen Wiese geparkt. Ja, aber wir waren doch eigentlich auf 12 Uhr, die Bieren vom Hutschreiber aus. Also müsstest du gucken, dass du da bist. Du bist dann immer nach, warte mal, vom Hutschreiber aus gesehen, nach rechts abgetrifftet, was ich gesehen habe aus dem Camp raus. Ja, ja. Also müsstest du nicht irgendwie wieder so ein bisschen, wenn du dich mal umdrehst, so nach rechts begeben. So, ich bin da. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ganz woanders. Ja, da, wo der zum Schluss... Ah, warte mal, die Feuerwache ist da. Nee, 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 nee. Nee, wie, wo bist du denn jetzt? Ganz woanders. Ich bin nicht... Wenn du das wüsstest. Aber schon noch hier auf... Ich vermute. Warte mal, warte mal, ich gebe mal auf meine Karte. Mal gucken. Ich weiß ja, wir waren ja bei Alexandra, ne, oben. Ähm, ja. Genau. Oder waren wir bei Wladimir? Nee, nee, wir sind weitergeflogen. Also, wohin denn? Wladimir oder Alexander? Ähm, Moment, stopp. Wladimir, wir sind nach Wladimir. Sind wir. Ach, hier bin ich jetzt. Hier hieß eine Straße durch. Haben wir die nachts nicht gesehen? Ich hab da auch nichts. Mehr so einen Feldweg, oder? Ja, ja, ja. So, ich bin jetzt... Ich sehe jetzt hier eine Feuer... Wache. Ich bin tausend Meter weg davon. Ich bin völlig... Ich war vorhin noch im Wald. Wie kommt denn das? Ich bin tausend Meter weg davon. So, was sehe ich hier? Ich muss mich jetzt echt hier mal orientieren. Ich hab mich hier völlig verlofen. Ist ja unglaublich. Erstmal was essen? Ja, ich hab nichts. Ich würde ja gerne was essen. So, dann machen wir mal gucken, wo ich hier bin. Ich renne mal wieder in den Wald drin, am besten. Ich renne jetzt einfach mal zur Feuerwache hier. Hier steht ein Zelt. Ein Zelt? Ein Zelt? Ein Zelt, was... Nee, es ist... War doch, okay. Es war von beiden so aus, es ist ein Stein. Aber ich bin völlig woanders. Das finde ich ja sehr interessant. Die außerirdischen Mutationen haben mich sonst wo hingebracht. Die haben dich wegge... So, aber ich warte mal. So, in der Feuerwoche ist hier natürlich erwartungsgemäß nichts. Und ich will jetzt offen gestanden nicht unbedingt, oder will ich hochgehen? Nein, ich kann ja mal gucken. Ich will ja nur was zu futtern haben. Was mir hier gerade verwehrt wurde. Was haben wir da? Eine TT habe ich hier gefunden. Also ich bin weit weg von dem Punkt, wo ich bei Server Restart gewesen bin. Ja, da hat er vorher gespeichert, wo du da gerade warst und hat dann... Ja. Kann er nicht, weil ich bin weit weg. So weit weg? Ja. Gut. Richtig weit weg. Aber warte mal. Gucken wir mal. Ich sehe jetzt hier Häuser. Schauen wir mal. Ihr kennt mich mal langsam vor hier. Ey, gibt es doch nicht. Haben wir uns hier echt verlofen. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Ich habe mich nicht verlofen. Ich bin falsch geworden. Ich bin aus dem Lager raus. So, ich bin jetzt hier. Hier sind Eisenbahnschienen. Die müssen doch auf irgendeiner Karte vermerkt sein. Ah, und du bescheuerter Zombie. Verpiss dich! So. Also ich bin wirklich nicht da. Ich spawne, wo ich gespawne. Also wo ich... Wo du hättest spawnen sollen, ja. Genau. Sondern weit weg. So, wo bin ich jetzt hier? Das sieht mir so ein bisschen nach einem Militärcamp aus. Ne, ist ein Industrial. Ich löse wieder die Viecher. Na, ist ja reizend. Hier steht ein Pickup. Aber ohne Räder ist leider... Ich nehme mir mal an, du hast mich auch eben nicht schießen gehört. Nein. So, inzwischen höre ich hier wieder das Meer rauschen. Oh, ich habe ein Zombie jetzt am Arsch. Na toll. Wo ist er? Direkt hinter mir. Supi. Hier steht noch ein schönes Auto, aber auch wieder keine Räder. Na, scheiße. Na, gucken wir mal. Gocke mir. Okay. Ich denke, der spielt. Hier oben ist... Okay. Werde jetzt nicht schießen. So, ich habe mich verlaufen. Bleib ruhig. Ich habe mich verlaufen. Ich habe Hunger. Gut, da musst du gucken, dass du irgendwo was findest. Häuskin oder so. Also ich habe schon zwei Autos gehabt. Die waren aber unbrauchbar. Sonst wäre ich irgendwie hier hingekommen. Soll ich dir was finden? So. Ich denke mir mal wieder aus, ich bin auf der anderen Seite jetzt. Ach du Scheiße. Ich bin von Wladimir, von der Tankstelle bin ich 2000 Meter entfernt. Ach, warte mal. Da sind die Kornkreise eingezeichnet. Genau. Was willst du denn hier schon wieder? Lästig sind sie. Naja, so sind sie halt. Gut, ich bin wieder am Lager. Okay. Ich bin wieder am Lager. Allerdings von uns aus gesehen, auf der... Also vom Hubschrauber aus gesehen, auf der südlichen Seite. Siehst du denn den Heli? Ich werde ihn gleich sehen. Du kriegst gleich von mir eine Bestätigung. Und bleib ruhig. Jetzt blinkt nämlich mein Trinken auch schon. Ja, ich habe mal eine Wasserflasche am Mann und zweimal Essen. Also. Warte mal, trinken habe ich ja auch. Das kann ich ja wenigstens noch. Das ist mein Essen war halt. Ach, es ist zum Mäuse melken. Echt. Jetzt muss ich mich echt mal orientieren. Also hier ist eine Feuerwache. Aber ich bin schon fast da. Hier ist eine Feuerwache. Ich bin schon fast da. Und Eisenbahnschienen. Ich versuche mich jetzt mal in den Eisen... Ach, hier sind die Eisenbahnschienen. Ich markiere mir jetzt mal hier die Eisenbahnschienen in der Nähe von... Ich bin am Helikopter. Bist am Heli, okay. Ich bin jetzt am Heli in 15, 20 Sekunden bin ich da. Na, soll ich starten denn? Mach ich hoch, damit du das... Ähm... Na, wolltest du noch mal ins Camp? Nö. Na, dann hol mich doch einfach hier ab. Dann sage ich dir genau, wo du... Wah, Zombie. Wo du mich abholen kannst. Glaube ich. Hier ist eine Scheune. Hier ist Benzin. Okay, Cola. Haufenweise Cola. Bist du gerade unterwegs? Ich sitze im Helikopter. Bist gestartet. Oder nicht? So. Pass auf. Ich bin... Ich versuche es gerade genau. Pass auf, ich gehe auf der Karte zu den Kornkreisen. Die sind fies... Also, du müsstest mich da hören. Nee, noch höre ich dich nicht. Sag ja, ich bin ziemlich weit weg. Warte mal. Warte mal, mach die Geräusche leiser. So. Okay. Also, wie gesagt, ich höre dich nicht. Den Heli höre ich noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, mach dir eine Markierung. Wir brauchen Sprit für das Ding. Dann würde ich sagen, hier habe ich doch irgendwo eine Tanke gesehen. Verflucht. Wo waren die? Wo waren die? Wo war die? Ich habe eine Tanke hier gesehen. Ich gehe jetzt über das Camp rüber. Du hast mich nicht. Du hörst mich nicht. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Nein. Ich bin wahrscheinlich in der Nähe von Krü-Wutz-Hopol. Warte mal, muss ich mal kurz stoppen. Ich stoppe. Wahrscheinlich? Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Wo war das? Da vorne bist du? Ja. Wo die Kornkreise sind, ja? Ja. Okay, warte mal. Ich kann mal eine Markierung auf die Kornkreise. Okay, dann komme ich da auch hin. Das sind für mich 400 Meter. Und irgendwo hatte ich hier auch eine Tanke gesehen. Jetzt höre ich dich langsam. Ich habe nur 700 Meter. Ich noch 200, aber ich höre dich schon. Ich gehe dann da runter, ja? Jupp. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich dich. Du siehst mich. Jupp. Warte ich hier lang? Ja, warum nicht? Weil hier Hochspannungsmasten sind. Ach so. Okay. Na dann daneben. Warum nicht? Ja, super. Komm ein bisschen weiter nach vorne. Siehst du mich? Nein, da sind doch die Hochmasten hier. Komm ein bisschen weiter vor. Ich sehe dich nicht, aber ich komme ein bisschen weiter vor. Ich kann ja mal schießen. Ja, auf mich bitte. Ja, genau. Die sind jetzt unter dir, Achtung. Direkt unter mir, oder? Ja, warte, 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 warte. Ich sage dir Bescheid.